Cyberport präsentiert das Kino Stance Kompaktstativ für Smartphones. Jeder weiß, für einen guten Gruppenselfie braucht man entweder einen langen Arm, ein Selfiestick oder ein Stativ. Das Stativ wird dabei nicht groß und unhandlich sein müssen, beweist unser Shortcut-Produkt. Beim Kino Stance handelt es sich um ein Stativ speziell für Smartphones. Dank der kompakten Bauweise und des geringen Gewichts von 34 Gramm lässt sich das Gadget problemlos überall mit hinnehmen. Das Material, eine Zinkligierung, macht den Stance zudem besonders robust. Das Kompaktstativ verleiht Smartphones einen festen Stand für Gruppenfotos, Zeitrafferaufnahmen oder Videotelefonie. Das Stativ wird mittels eines speziell für Micro-USB gefertigten Adapters namens Micromount an Ihrem mobilen Endgerät befestigt. Dabei lässt sich das Smartphone im Quer und dank der ausklappbaren Standfüße auch im Hochformat positionieren. Durch das integrierte Kugegelenk können Sie Ihr Smartphone außerdem beliebig neigen oder drehen, um so den passenden Winkel für jeden Anwendungszweck zu finden. Als kleine Besonderheit hat der Hersteller noch einen Flaschenöffner in den Standfuß integriert, mit dem Sie Flaschen mit Kronkorken bequem öffnen können. Schluss mit verwackelten Gruppenfotos. Dank des Kino Stance Kompaktstativ für Smartphones. Vielen Dank.